Würmer kann man sehr gut in jedem Angelgeschäft kaufen. Es sind ganz hervorragende Köder zum Welsangeln und gerade im Frühjahr, wenn das Wasser steigt und viel Würmer und Schnecken ins Wasser gespült werden, haben sich die Welser darauf eingeschossen. Zur Montage ist zu sagen, man kann die Würmer auf einen Einzelhaken, auf einen Drilling oder zwei Einzelhaken oder zwei Drillingen am System aufziehen und in der Strömung hervorragend spielen lassen. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich persönlich benutze hier zwei Einzelhaken für die Würmer der Strömung und zusätzlich eine Rasse, die den Wels locken soll. Zum Anködern der Würmer, ich setze auf den oberen Haken die Würmer längs und auf den unteren mehr im Knäuel, damit der Wels schön einsaugen kann und die oberen Würmer schön in der Strömung spülen. Die Würmer werden immer mit dem Kopfteil aufgezogen, weil das dickere und zärtere Teil ist und die Würmer nicht so leicht vom Haken fallen. Monte Sahel So, jetzt haben wir genug Würmer auf dem oberen Haken und jetzt ködern wir den unteren Haken, indem man die Würmer zweimal einsticht, damit sie nicht zu lang im Wasser wedeln und es fehlt, bis er hakelt. Wie das Ganze jetzt unter Wasser aussieht, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. So sehen die Würmer Oberwasser aus und jetzt kommen sie an die Angel und ins Wasser rein und das zeige ich euch jetzt. So, hier nochmal die Würmer, das Vorfach, das Blei und eine schwere Pose. Und so spielen die Würmer in der Strömung und locken den Wels. Hier sieht man auch schön, die Rassel bewegt sich und dreht sich und lockt vielleicht auch noch den Wels an den Haken wieder. Hier haben wir es in den Wasser und jetzt warten wir nur noch auf den Pies. Lächeln, Mario. So. Nach 10 Sekunden im Wasser hat er gewiesen. Der schönste Pies geht heute, Thomas hat sie noch in die Hand und da gibt es einen Schlag unten drauf und er schlägt an. Sagt, was ist denn das? Gibt es doch nicht. Gerade eben die Götter ins Wasser gehängt und schon ist der Wälder drauf. Ja, mit der fett sich ja sowas. Da ist ein Tauwurm. So leicht kann man Tauwürmer fangen. Hier ist der nächste. Da ist schon wieder ein Tauwurm. Da unten drunter liegt auch einer. Da ist jetzt auch wieder ein Tauwurm. Hier ist der nächste. Und wenn es regnet, ist es noch besser, Würmer zu fangen nachts. Hier ist der nächste. Da ist auch wieder einer. Hier liegt einer. Und dann kann man sehr viel Geld sparen. Hier ist wieder einer. Hier sind gleich zwei. Da ist auch einer. Da liegt auch wieder einer. Da liegt nicht locker oder einer. Hier ist eine Ur Fleisch. Da steht. Da steht. Da steht. Da steht. Da steht. Da bin ich besser und bin. Da ist nicht okay. Da halb gibt fancy. Da stimmt. òn ist es. Da kann man gehen.